Hallo, mein Name ist Eckart von Hirschhausen, ich bin Arzt, Wissenschaftsjournalist und Gründer der Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen. Eine meiner Lieblingsschlagzeilen der letzten Jahre war Schokoladehilfe beim Abnehmen. Das ging durch viele Medien, bis herauskam, es war ein Fake und diesmal ein gezielter Fake, um zu zeigen, wie schnell wir auf Unsinn hereinfallen. Grundsätzlich gilt die Regel, wenn etwas zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es meistens auch nicht wahr. Manche Dinge sind einfach nur irreführend, andere sind richtig gefährlich. Zum Beispiel dieses Domestos-Zeug, ein Bleichmittel, genannt MMS, was für alles Mögliche herhalten soll, ist ätzend und immer noch nicht verboten in Deutschland. Nahrungsergänzungsmittel sollen gegen Covid-19 schützen? Schön wär's. Und auch da gilt, wenn es so einfache, geniale Mittel gäbe, es hätte sich rumgesprochen. Viele Verschwörungstheoretiker tun immer so, als wäre es leicht möglich, ein geheimes Wissen vor allen anderen fernzuhalten. Gute Ideen sprechen sich rum. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin immer der Meinung gewesen, dass Humor, dass seelische Gesundheit und körperliche Gesundheit ganz eng zusammengehören. Aber auch als Komiker auf der Bühne habe ich immer dafür plädiert, evidenzbasierte, also wissenschaftsgestützte Informationen zu verbreiten. Dieser Unterschied zu machen, das ist für viele wirklich kompliziert, manchmal auch für mich. Aber ich habe das schließlich gelernt, zu recherchieren, welche Seite empfiehlt da was, was steht da eigentlich im Impressum. Könnte diese Seite ein kommerzielles Angebot sein? Ist das echt? Ist das gegen zu checken? Aber dieses Handwerkszeug lernt man leider nicht in der Schule und deswegen brauchen wir Unterstützer. Fakten checken ist in der heutigen Zeit so wichtig wie noch nie. Ich bin sehr dankbar dafür, dass die Verbraucherzentrale über Falschinformationen im Netz aufklärt und auch dubiose Anbieter konkret abmahnt. Vieles ist juristisch leider ein Graubereich und deswegen kriegen wir den Unsinn auch nicht wirklich auf Dauer weg aus dem Netz oder aus den Verbreitungskanälen. Umso wichtiger ist es, Sie als Menschen, Sie als Patienten, Sie als Verbraucher zu schützen. Und dafür ist der Faktencheck der Verbraucherzentralen da. Mit mehr Gesundheitskompetenz können Sie bessere und manchmal auch sehr viel günstigere Entscheidungen fällen. Für sich, für Ihren Körper und die Menschen, die Ihnen lieb sind. Und ich kann euch eins empfehlen. Nutzt das Kontaktformular. Ich kenne die Menschen, die dahinter zu erreichen sind. Sie sind engagiert, sie sind beseelt und vor allen Dingen, sie sind fachkompetent. Faktencheck-gesundheitswerbung.de Wissen, worauf man sich verlassen kann. Und worauf auch besser nicht.